Anerberg-Buchholz, Unterer Bahnhof. Wir schreiben den 4. Mai 2017 und hier finden im Moment Gleisbauarbeiten statt. Hier sehen wir schon mal diesen Dreckhaufen, den gestern die Gleisreinigungsmaschine hier aus dem Gleisbett geholt hat. Und ich bin hier, weil dieser Güterzug angekommen ist, gespannt mit zwei V100 der Deutschen Reichsbahn. Und diese beiden Lokomotiven haben vor wenigen Minuten hier einen ganz langen Zug mit jeder Menge neuer Schwellen gebracht. Tja, und wenn ich diese Ladestraße hier so sehe, oje, oje, was bin ich hier als Kind herumgedüst, als das hier noch ein richtiger Bahnhof war. Und hier auch die tollen Lokomotivausstellungen waren, wie zum Beispiel zu 500 Jahre Anerberg oder zum Tag der Sachsen. Tja, und heute wachsen hier die Bäumchen. Der Bahnhof Anerberg in Erzgebirge. Na dann, bis zum 19. Mai wird hier noch gebaut. Dann, Jungs, frohes Schaffen!